Moin Leute, was geht da? Pamelka hier. Ich bin Historiker für mittelalterliche Geschichte und habe zum Templerorden promoviert und ich habe heute eine neue Reaction für euch vorbereitet. Wir werden uns heute gemeinsam ein Video zum Templerorden von Welt der Wunder angucken und ich bin sehr gespannt. Der Titel des Videos lautet, wer waren die Tempelritter? Das hört sich schon mal sehr spannend an. Wie immer versuche ich euch, das Dargestellte ein bisschen mit dem entsprechenden Kontext zu versorgen. Euch hier und da ein paar Einblicke zu geben, soweit ich das vermag. Und wie immer ist es für mich ganz wichtig, wir wollen uns hier nicht lustig drüber machen, sondern das alles sinnvoll und konstruktiv gestalten. Und auch wie immer, wenn ihr Bock habt, mich mal live zu sehen, schaut doch entweder am Montag oder Donnerstag um 20 Uhr live mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da freue ich mich sehr drauf und ich habe eine schöne Discord-Community am Start. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich freue mich, euch dort zu sehen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Eine Vereinigung zieht die Menschen seit Jahrhunderten in ihren Bann. Ein Bund, der nie geheim war. Hey, endlich wird es mal gesagt, oder? Sorry, dass ich nach sechs Sekunden schon Pause mache. Die Tempel waren nie geheim. Es gab immer gewisse Dinge, in die es Einblicke gab und in die es nicht Einblicke gab, aber das gab es bei allen anderen Orten auch. Und die Gemeinschaft war nie geheim. In dem Sinne, in dem wir das heute verstehen, das ist so. Jetzt sind wir mal gespannt, was noch kommt. Und doch, verfolgt man die Spur der Geheimbünde, stößt man früher oder später auf eine mysteriöse Gesellschaft. Und auch das ist richtig. Ich verlinke euch mal das Video zu den Templern und den Freimaurern, aber man stößt ja auf diese Gesellschaft, man stößt, jetzt sage ich das auch schon, man stößt ja auf die Templer, nicht weil sie eine Verbindung zu den Freimaurern hätten, sondern weil die Freimaurer zum Beispiel eine Verbindung zu den Templern konstruiert haben. Das ist sozusagen, dass es immer außen vor gelassen wird und ich bin gespannt, wie die Doku damit umgehen wird. Denn ich habe das Thumbnail vorhin gesehen und das hat schon nicht so richtig Hoffnung gemacht. Aber wir warten mal, vielleicht kriegt die Doku die Trennung zwischen beiden ja sehr gut hin. Schauen wir mal. Die Tempelritter 13. Oktober 1307 Das ist so geil. Alles total dunkel mit mal. Wir sind im Mittelalter, Schnitt, alles dunkel. Überall in Europa werden die Mitglieder des Templerordens verhaftet. Zwei Jahrhunderte genossen die Tempelritter hohes Ansehen. Also wahrscheinlich wird das noch spezifiziert gleich, aber sie wurden natürlich nicht überall in Europa verhaftet. Das ist ganz wichtig. Ja, in Frankreich wurden sie verhaftet, auch irgendwie in Spanien oder auch in anderen Teilen des Reiches sozusagen. Aber in anderen Bereichen wurden sie das nicht. Teilweise waren Könige nicht von deren Schuld überzeugt. Oder es war ein uneinheitliches Vorgehen. Auch das gab es zum Beispiel in Deutschland. Also wir reden hier nicht von einer konzertierten europäischen Geheimaktion, die die Templer gefangen setzt, sondern es war sehr unterschiedlich. Sie waren reich und mächtig. Nun müssen sie sich plötzlich als Ketzer vor der Inquisition verantworten. Was steckt dahinter? Wer waren diese Templer? Und was war ihr Geheimnis? Also über die Kostüme brauchen wir nicht sprechen, glaube ich. Schlechtsitzende Kettenhemden, Helme, durch die man nichts zieht und sowas. Klassiker für diese Form der Dokus. Auch hier, wir reden automatisch vom Geheimnis. Das weist alles in keine gute Richtung. Aber, soweit natürlich richtig, diese Festnahme, die kam für die allermeisten sehr, sehr plötzlich. Plötzlich fand man sich vor der Anklage wieder. Das war schon eine große Überraschung für die allermeisten. Die Geschichte des Templerordens geht auf den ersten Kreuzzug zurück. Nachdem die Kreuzritter im Jahre 1099 Jerusalem erobert hatten, strömten Pilger aus Europa ins Heilige Land. Doch diese Reise ist extrem gefährlich. Nicht alle Gebiete sind von den Christen besetzt. Die Muslime leisten heftig Widerstand. Um den Weg ins Heilige Land sicherer zu machen, gründen acht Adelige im Jahre 1119 einen Orden. Diese schlagkräftige Kampftruppe soll die Wallfahrt vor feindlichen Angriffen schützen. Das ist spannend. Warum denn acht? Also ich bereite gerade das Video zur Gründung des Templerordens vor. Das wird in der nahen Zukunft kommen. Und alle reden von neun. Was heißt alle? Viele Quellen. Auch das muss ich korrigieren, stimmt nicht. Eine Quelle, die aber sehr weit rezipiert wurde, nämlich die Historia des Wilhelm von Tyrus, des Erzbischofs von Tyrus, spricht von neun Rittern, die den Orden gegründet haben sollen. Und das zieht sich ja durch die Geschichte des Ordens durch und durch und ist bis heute wiederholt und wiederholt. Deswegen bin ich überrascht, warum sie auf acht kommen. Das habe ich in meinen Vorbereitungen, und ich habe wohl durchaus einen Blick in die Quellen geworfen, nicht gesehen. Wir haben zum Beispiel einen, Michael der Syrer zum Beispiel, eine Quelle, müsste das sein, der spricht von 30 Rittern, die den Orden gründen. Einige sprechen von Huy-de-Pin allein, also einer der Gründungsväter des Templerordens war Huy-de-Pin, dass der angeblich allein gekommen sei. Aber acht lese ich nirgends. Gehen wir noch mal kurz zurück. Heilige Land sicherer zu machen, gründen acht Adelige im Jahre 1119 einen Orden. Oh, auch 1119. Neuere Forschung weiß relativ genau, dass 1119 wahrscheinlich nicht stimmt. Wahrscheinlich wird der Templerordner im Jahr 1120 gegründet. Auch das diskutiere ich im nächsten Video genauer. Aber ja, Gründungszweck, die Pilgerwege sicherer machen. Auch das sehen wir relativ früh in den Quellen, woher das kommt und dass das ursprünglicher Auftrag des Ordens war. Diese schlagkräftige Kampftruppe soll die Wallfahrt vor feindlichen Angriffen schützen. Der neue König von Jerusalem weist den mutigen Kämpfern ein Hauptquartier zu. Die Schutztruppe quartiert sich auf dem Tempelberg ein, genau dort, wo einst der sagenhafte Tempelkönig Salomons stand. So erhält der Orden auch seinen Namen, Ritter des Tempels. Genau richtig, also es gibt eine Vorgeschichte zur Ansiedlung auf der Tempelesplanade und dem Tempel Salomons. Aber die Doku macht das richtig, was viele andere Dokus falsch machen, denn sie benennt diese erste Niederlassung des Tempelautens richtig. Nämlich den Tempelum Salomones. Das ist das, was in der Kreuzfahrertradition als eben der ursprüngliche Tempel Salomons verehrt wurde. Nicht zu verwechseln mit dem Tempelum Domini. Das ist das, was wir heute als den Felsen, um das Ding mit der goldenen Kuppel, kennen. Der also als Tempel des Herrn verehrt wurde. In dem waren sie eben nicht. Sondern das, was heute die Al-Aqsa-Moschee ist. Da wurden sie gegründet. Und diesen Titel tragen sie auch später in ihrem Namen. Also diese Referenz, nämlich die Ritter des Tempelum Salomones. Das kommt im Namen später vor. Genauso ist das. Oder kurz Templer. Sind es denn da auch wirklich acht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, da sind es acht. Also wie gesagt, ich weiß nicht, woher die Zahl acht kommt. Und es ist natürlich auch klar. Also erstens, wir brauchen nicht von den Rüstungen und sowas. Sprechen wir schon mit dieses Kettenhemd hier an. Also das Video hat ungefähr genauso gar keinen Schutz. Aber als natürlich die Templer gegründet werden, haben sie natürlich ihre Umhänge noch nicht. Also was wir hier sehen, auch die sind ein bisschen zweifelhaft in der Darstellung. Auch die Art des Kreuzes ist wahrscheinlich keine richtige. Aber es soll natürlich angedeutet werden, die acht Templer stehen da zusammen und haben jetzt ihren Orden gegründet. Weißes Gewand und rotes Kreuz, das kommt institutionalisiert erst später auf. 1147 wird es denen offiziell gegeben. Wahrscheinlich haben sie schon ein bisschen davor getragen. Aber so standen die da auf jeden Fall nicht und haben irgendwie die Gründung ihres Ordens abgefeiert. Also das kann man natürlich ganz sicher sagen. Aber es ist klar, was das Bild illustrieren will, auch wenn es wirklich ein bisschen in die falsche Richtung führt. Der neu geschaffene Orden wirkt nun überall in Europa Mitglieder an und hat bald großen Zulauf. Auch geil, dass sie die Templer vor den neumodischen Felsentrum gepackt haben. Dass er damals noch ein bisschen anders aus ist, wovon auszugehen. Auch diese Wiedervergoldung der Kuppel fand erst in der neueren Zeit statt. Und das ist ja eben genau nicht der Ort, wo sie gegründet wurden. Also sinnvollerweise hätte man hier jetzt die Al-Axa-Moschee zeigen müssen. Und das ist das, was als der Templum Domini, also als der Tempel des Herrn, bezeichnet wurde. Und hier waren Kanoniker anwesend. Nach einer Augustinus-Regel lebenden Kanoniker unter anderem. Das ist nicht, wo sie gegründet wurden. Es ist aber wohl die Tempel-Esplanade. Also wenn man den Eingang richtig sieht, hier rechter Hand davon. Also hier über meinem Kopf geht es zur Al-Axa-Moschee. Da wurden sie gegründet. Vielleicht zeigen sie die gleich noch. Beim Eintritt geloben, die neuen Templer in Armut und Keuschheit zu leben. Und wichtig, Gehorsam. Die drei evangelischen Räte, Armut, Keuschheit, Gehorsam. Gehorsam, wirklich entscheidend für so eine Ordensstruktur später, die eben hierarchisch aufgebaut war. Und vor allem das Thema Gehorsam wurde bei Eintritt in den Orden richtig, richtig krass betont. Denn im Zweifel wurdest du irgendwo hingeschickt, wo du nicht sein wolltest als Ritter. Musstest du es aber eben trotzdem tun. Also Gehorsam, ganz wichtige Komponente bei Aufnahmen in den Tempelorden. Innerhalb weniger Jahrzehnte erlebt der christliche Ritterorden einen rasanten Aufstieg. Überall gründen die Tempelritter Niederlassungen. Ihre Mitglieder finden sich in allen Gesellschaftsschichten. Ja, also es stimmt. Ihre Mitglieder finden sich in allen Gesellschaftsschichten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Gleichwohl haben wir natürlich eine starke Fokussierung auf den niederen und mittleren Adel. Und auf nicht-adelige Mitglieder. Wer das Video von mir nicht kennt, wie wurde man Templer? Da habe ich genau die Zugangsvoraussetzungen für den Templerorden mal versucht aufzudröseln. In einem ersten Teil zumindest. Weil es ganz wichtig war, Stand, dein persönlicher Status und deine Bindungen in der Gesellschaft waren ganz entscheidend, ob du Templer werden konntest oder nicht. Und wenn ja, in welchem Rang du Templer werden konntest. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und also ja, insofern stimmt die Aussage wahrscheinlich aus allen Ständen. Aber mit einem ganz klaren Fokus auf den niederen und mittleren Adel. Die meisten Templer waren keine Sprösslinge der ganz, ganz großen, einflussreichen Familien. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber in aller Regel waren sie das nicht. Das ganz Besondere an ihnen, sie waren Soldaten und Mönche gleichzeitig. Es war das erste Mal in der Geschichte des Christentums. Nach und nach. Schon mal kein gutes Zeichen, wenn wir die Experten nicht kennen. James Wassermann, habe ich leider noch nie gehört. Soldaten und Mönche zugleich. Auch das, neuere Forschung zufolge, weiß man, dass das eigentlich nicht stimmt. Eigentlich waren sie Kanoniker und damit nicht de facto Mönche. Aber das ist jetzt wahrscheinlich eine Spitzfindigkeit. Ach, bauen sich die Templer ein Imperium auf. Viele Herrscher und Grundbesitzer überschreiben ihnen Land und andere Güter. Sie unterhalten alleine in Frankreich über 1200 Niederlassungen. Sogenannte Komptoreien, Ansiedlungen mit Kirchen und Gehöften. Also die Zahl, weiß ich nicht, könnte gut sein. Frankreich wird damit als Schwerpunkt des Templerortes identifiziert und das ist de facto richtig. Auch was hier Wassermann gerade gesagt hat, der Dude von gerade, ist natürlich richtig. Die Templer waren die Ersten, die diese Form von Kombinationen, Kriegsführung und Beten oder sozusagen quasi monastisches Leben in der Kombination vorgebracht haben und werden in der Folge als Novus Genus bezeichnet, also als neues Geschlecht. Das stammt unter anderem von Bernhard von Clairvaux, der da sagt, also was davor im Christentum nicht da gewesen ist. Und insofern sind die Templer die Ersten, die Ioniter folgen. Ioniter gab es schon früher, werden aber nach dem Vorbild der Templer militarisiert und dann natürlich der Deutschorden. Im Kontext des dritten Kreuzzuges, der dürfte vielen von euch was sagen. Das ist also richtig. Manchmal sind es sogar ganze Städte. Auch hier nochmal schöne Karte. Auch da kann ich die einzelnen Punkte jetzt nicht verifizieren oder dergleichen. Aber wir sehen schon die Verteilung. Also England, Schottland müsste man noch was zeigen. Skandinavische Länder nicht. Und auch im Deutschen Reich oder in dem, was das heutige Deutschland ist, quasi keine Niederlassung. In Italien fehlt natürlich auch noch. Aber von der Verteilung sieht man einen ganz klaren Fokus auf Frankreich. Die iberische Halbinsel auch ganz wichtig. Auch auf der iberischen Halbinsel werden die Templer sehr früh sehr wichtig, weil man den Wert von so einer Truppe erkennt. Denn, man darf nicht vergessen, auf der iberischen Halbinsel findet der Kampf gegen die Muslime statt. Nicht nur im Bereich Jerusalem oder im heutigen Israel, sondern eben auch hier unten. Und überall da, wo wir sozusagen Konfliktlinien verlaufen haben, werden die Templer früh als Soldaten geschätzt. Die Templer gelten aufgrund ihrer geschützten Stützpunkte als sehr zuverlässig. Und so beginnen sie wie Banken, Geld für andere aufzubewahren und zu überweisen. Der Reichtum des Ritterordens wächst stetig an. Doch genau dieser Reichtum sollte den Templern zum Verhängnis werden. Nach dem Gesche... Okay, da waren safe moderne Minzen mit drin. Aber gut. ...gescheiterten dritten Kreuzzug verlagert sich der Templerorden komplett nach Westeuropa. Sehr zum Missfallen der dortigen Machthaber. Ja, das ist nicht richtig. Hat er das gerade wirklich gesagt? Nach dem gescheiterten dritten Kreuzzug verlagert sich der Templerorden komplett nach Westeuropa. Also, das ist nicht richtig. Der Hintergrund dafür ist die Schlacht bei Hattin 1187 und der Verlust Jerusalems im gleichen Jahr. Und natürlich sind die Templer und überhaupt die Kreuzfahrer nicht weg. Die gehen nicht nach Westeuropa. Das mag ein herberer Rückschlag gewesen sein und der Verlust Jerusalems und der Verlust der Reliquie des Heiligen Kreuzes vor allem auch sind wirklich eingeschlagen wie eine Bombe im Westen als Nachricht und sind gewertet worden als Missfallen Gottes. Und das Gott eben nicht sozusagen den Quest dieser Kreuzzüge weiter unterstützen würde. Aber die sind natürlich nicht abgehauen, denn die Basis hat sich nach Akon verlagert. Die Templer haben in Akon einen riesigen Stützpunkt aufgebaut in der Zeit. Auch die anderen Orten waren dort ansässig. Und Akon, wer da schon mal war, ganz herrliche, wunderbare Stadt. Da sieht man einiges noch von den Überbleibseln. Das ist eine recht bekannte Templertunnel zum Beispiel auch. Müssen wir mal sehen, wenn ich das nächste Mal hinkomme, bringe ich ein paar Aufnahmen mit. Das heißt, Jerusalem ist nicht mehr der Hauptstützpunkt. Der ist unzugänglich für Christen beziehungsweise stimmt nicht, er ist unzugänglich für sozusagen die Kreuzfahrer. Und damit ist sozusagen auch die Hauptniederlassung der Templer, nämlich auf dem Tempelberg in der Lachsa Moschee im Templum Salomones nicht mehr der Hauptstützpunkt. Aber wechseln sie aus dem levantinischen Bereich damit natürlich noch nicht. Sehr zum Missfallen der dortigen Machthaber. Oh, und im Übrigen macht ja auch keinen Sinn, denn die Templer sind ja für diese Kreuzzüge gegründet worden. Die Hauptmission der Templer war der Schutz der Pilger und die Bewachung und der Schutz der heiligen Städte. Und wenn sie jetzt abgehauen wären, hätten sie ja die Flinte ins Korn geworfen und dann gesagt, ja okay, hat alles keinen Sinn. Dann wäre aber die Daseinsberechtigung weg gewesen. Also da muss man ganz vorsichtig sein, das spielt später noch eine größere Rolle. Das ist durchaus wichtig, weil das Anfang des 14. Jahrhunderts ganz heiß diskutiert wird, was eigentlich die Mission der Templer noch ist. Dann überlegt man, kann man eigentlich nicht Templer und Johanniter zusammenführen? Machen die nicht eigentlich das Gleiche? Und die hatten natürlich immer im Blick, was ihre eigentliche Mission war. Und wenn sie jetzt einfach aus dem levantinischen Bereich abgehauen wären, weil Jerusalem fällt, wäre es natürlich wahrscheinlich schnell vorbei gewesen mit den Templern. Denn die Templer sind reich und unabhängig. Ein Mann betrachtet den Orden mit besonderem Argwohn. Der mächtige König von Frankreich, Philipp der Schöne. Die Tempelritter haben ihm einst die Mitgliedschaft verweigert. Ihr wachsender Einfluss stört ihn schon länger. Schreibt das auf! Schreibt das auf! Also ja, Philipp IV. ist der Dude, der dann den Stein ins Rollen bringt gegen die Templer. Es ist nicht so, dass Philipp einfach Bock hat, irgendwie die Templer aufzulösen. Sondern da gibt es ganz komplexe Entwicklungen im Hintergrund. Geldnot, Stellung im Reich, der Kampf zwischen, um die Vorherrschaft zwischen Papsttum und Krone. Das sind ganz viele Dinge im Argen. Und die Templer scheinen auch so ein bisschen dazwischen die Mühlen geraten zu sein. Und dieser Blick Philipps auf die Templer war natürlich nicht immer so. Denn Philipp wird in den Quellen charakterisiert als ein wirklich gottesfürchtiger Mann, der also auch als Carpetinger aus einer ganz großen Kreuzfahrertradition stammt. Also seine Vorfahren waren alle derbe motivierte Kreuzfahrer. Und er hat es seines Lebens nicht geschafft, auf Kreuzzug zu gehen, weil er gebunden war im Reich, weil er auch hochverschuldet war. Und er hat lange auf die Templer vertraut. Also die Staatskasse war lange in Templerhand. Und auch diese, wenn die Staatskasse in andere Hand übergeht und nicht mehr durch die Templer alleinig verwaltet wird, sind alles so Zeichen, die auf sozusagen den zunehmenden Konflikt hindeuten. Aber ganz so einfach ist es nicht. Aber schauen wir, was danach kommt. Dass sie alle vernichtet werden. Schreibt das auf, dass sie alle vernichtet werden. Okay. Philipp ist der Bösewicht in dieser Geschichte. Wer die Templer mag, der hasst Philipp. Ja, wenn die Geschichte nur so einfach wäre, lieber Herr Wassermann, wenn die Geschichte nur so einfach wäre. Philipp der Schöne brachte dringend flüssiges Kapital, um Frankreich vor dem Bankrott zu retten. Und die Templer in Paris horteten große Mengen davon. Also hackte er einen Plan aus, wie er den Tempelritterorden unter Anklage stellen und dessen Güter beschlagnahmen lassen könnte. Also das ist so ungefähr der Hergang, oder wie es in den großen Teilen der Geschichtsforschung auch gesehen wird. Geldnot unter anderem. Und Philipp versucht, an das Vermögen ranzukommen. Das hat er vorher mit großen Teilen der Jüdinnen und Juden in seinem Reich auch schon in ähnlicher Weise gemacht. Jetzt bin ich nicht so sicher, was noch kommt. Also Barbara Frail ist wirklich Historikerin, die ist auch zu dem Bereich promoviert. Die hat vor allem in den Vatikanischen Archiven viel gearbeitet, hat was zu diesem Chinon-Manuskript gemacht. Aber nicht alle ihrer Thesen sind meinem Kenntnisstand nachher super wasserfest. Ich bin mal gespannt, gerade zur Auflösung des Ordens hat sie so ein paar Thesen, die zumindest von der herkömmlichen Literatur nicht unbedingt geteilt werden. Mal schauen, ob davon noch was kommt. Dann können wir versuchen, das einzuordnen. Dabei macht sich Philipp zunutze, dass schon lange Gerichte über die Templer im Umlauf sind. Warum verwaltet ein Orden, dessen Mitglieder Armut gelobt haben, riesige Besitztümer? Also Gerüchte gab es über alle Orden, by the way. Also das liegt in der inhärenten Logik einer Ordensidee, die auf Armut fußt. Nämlich wenn alle diese Armut geil finden und das alle unterstützen wollen, dann ist der Orden irgendwann nicht mehr arm. Also bei den Templern gewesen, so ist es auch in anderen Orden gewesen. Und oft hängt solchen Gemeinschaften eben was Elitäres an. Nicht alle können dazu, man weiß nicht so genau, was sie machen. Sie sind ja sowieso irgendwie im levantinischen Bereich im Osten unterwegs. Was passiert da eigentlich? Wissen wir ja gar nicht so genau. Also Gerüchte und Gemauschel gab es immer. Nichtsdestotrotz waren die Templer, vor allem in der französischen Gesellschaft, natürlich erklärt ein wichtiger Bestandteil und auch Teil des Alltags. Was noch lange nicht dazu geführt hätte, dass da notwendigerweise eine Auflösung herkommen müsste. Aber was natürlich schon sein kann, diese Gerüchte wurden aufgenommen und teilweise möglicherweise mit als Vorwand genommen. Schauen wir nochmal, in was für eine Richtung hier jetzt das Narrativ zieht. Was treiben die Templer in ihren abgeschotteten Festungen wirklich? Dunkle Verdächtigungen stehen... No, das Baphomet-Bild wirklich? Das neuzeitliche Baphomet-Bild im Hintergrund? Das ist aber schlecht gemacht. Was treiben die Templer in ihren abgeschotteten Festungen wirklich? Ja, schau dich das Bild an. Also, ich habe ein Video dazu gemacht, Baphomet und die Templer. Also Baphomet ist, nehme ich jetzt nicht vorweg. Ich verlinke es euch hier in der Zeitleiste. Wenn euch das interessiert, da wird jetzt gleich noch was zu kommen. Dunkle Verdächtigungen stehen im Raum. König Philipp lässt eine Anklageschrift verfassen und verschickt eine geheime Depesche an alle Polizeistellen. Frankreichs Staatsführung holt zum Vernichtungsschlag aus. Freitag, der 13. Oktober 1307 mitten in der Nacht. In ganz Europa schwärmen Philipps Hescher aus. Dann schlagen sie zu. Hescher hört sich so an, als würden die alle gemeuchelt worden. Waren offizielle Beamte der französischen Krone, die das gemacht haben. Halt in Frankreich zumindest. Und ich mag das Setting nicht, wie das sozusagen dargestellt wird. Aber ja, es war irgendwie eine Geheimaktion. Ja, es war Freitag, der 13., der, by the way, nichts damit zu tun hat, dass Freitag, der 13. heute ein Unglückstag zum Beispiel in Deutschland oder in den USA ist. Das ist eine neuzeitliche Konstruktion und ist nicht durch die Templer entstanden, sondern wurde im Nachhinein auf die Templer zurückprojiziert. Aber natürlich ein schöner Zufall, wenn man so will. Eine beispielslose Verhaftungswelle rollt durch ganz Europa. Über 2000 Templer werden verhaftet. Das Mysteriöse, die mächtigen Elitekämpfer lassen sich fast alle widerstandslos festnehmen. Also ich weiß nicht, warum das so mysteriös ist. Da könnte man sicherlich drüber diskutieren. Erneut, ich habe hier nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Aber wenn du als offizielle Institution irgendwo existierst und Beamte der Staatsmacht reingelaufen kommen und dich festnehmen, selbst als Soldat, dann wirst du dich nicht unbedingt. Zumal, wenn du überrascht bist. Ich halte das für einen überbewerteten Punkt in den meisten Dokus, in den meisten Erzählungen, dass sich die Templer nicht gewährt hätten. Denn warum solltest du als gut gelittene Gemeinschaft die im Kern der französischen Gesellschaft akzeptiert ist? Warum solltest du dich wehren? Du bist ja von deiner Unschuld überzeugt und denkst, dass du nichts zu befürchten hast. Also insofern wundert mich das eigentlich immer nicht so sehr. Wenn da wer bessere Gegenargumente dagegen hat, so sei er oder sie herzlich eingeladen, mir die vorzubringen. Ich halte das für nicht so stichhaltig. Sie hielten es sicher für unmöglich, dass man sie so hart verfolgen würde. Würde ich auch zu sehen. Hielten sie für unmöglich und ist ja auch beispiellos, muss man ehrlicherweise sagen. Reihenweise werden Ritter eingekerkert, gefoltert und zu Geständnissen gezwungen. Das staatliche Vermögen der Organisation wird beschlagnahmt. Nicht nur Ritter, also die ganzen Mitglieder des Ordens waren Sergenten dabei, einfache Arbeiter, also durch die Bank, von Präzeptoren, also von Hochstehenden bis zu den einfachsten Ordensmitgliedern waren da alle mit dran. Ein beispitzloser Vernichtungsschlag. Doch was wird den Templern vorgeworfen? Der Prozess steckt voller Widersprüche und Rätsel. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht das Einweihungsritual. Was ist denn? Warum ist denn jetzt hier so ein quasi esoterischer Hintergrund? Ähm, okay. Im Mittelpunkt steht das Einweihungsritual. Jetzt bin ich gespannt. ... dass jeder Tempelritter bei seiner Aufnahme in den Orden zu absolvieren hatte. Der extreme Vorwurf? Sie hätten dabei das Kreuz Jesu verunglimpfen müssen, also darauf urinieren, spucken oder es anderweitig schänden. Man hätte sie gezwungen, den Bauch, das Hinterteil oder den Penis des Großmeisters zu küssen. Also die, diese Vorwürfe kommen alle in irgendeiner Form so vor, das ist richtig. Ähm. Schließlich hätte man sie während der Aufnahme zu homosexuellen Orgien verführt. Demanded arms. Das ist so geil gespielt, wie er halt jetzt grinst. Ähm. Ja, stimmt, wurde auch, war auch Teil der Anklage. Span! Es sind unglaubliche Behauptungen, doch gibt es Beweise? Wieso sind auf dem Siegel der Templer zwei Ritter auf einem Pferd zu sehen? Waren die Vorwürfe etwa wahr? Also zur Bedeutung des Siegels habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich euch auch hier. Hi, so viele Querverweise, das freut mich natürlich sehr. Ich habe schon ein paar gute Themen getroffen, auf jeden Fall. Die hat einen ganz klaren Bedeutungshintergrund, wurde von vielen, von vielen Meistern des Ordens verwendet, getragen. Das sieht man ganz häufig auch wahrscheinlich das bekannteste Symbol des Templordens, zwei Reiter auf einem Pferd. Und ich habe bis heute nicht den Quellenbeleg dafür gefunden, dass dieses Siegel als sozusagen Beweis für die angebliche Homosexualität herangenommen wurde. Ich habe das in noch keiner Unterlage gefunden, habe immer wieder geguckt. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Man findet diesen Hinweis immer wieder, dass das Siegel als Beweis dafür hergehalten haben soll, der Anklage, dass die Templer homosexuell gewesen sein sollen. Wenn das wer von euch, wenn wer von euch diese Quellenstelle kennt, dann bitte her damit. Ich habe sie bisher noch nicht gefunden. Und es wird überall behauptet. Man liest das wirklich überall im Internet. Man findet das, wie auch hier jetzt gerade, wirklich in fast allen Dokus. Mich würde da der Quellenbeleg mal interessieren. Ich bin nicht sicher, ob ich den bisher einfach nur übersehen habe, was sehr gut sein kann, oder ob es den nicht gibt. Auch das wäre, ist im Zweifel auch keine Riesenüberraschung, denn so Narrative bestätigen sich häufig und häufig. Also wenn euch da was vorliegt, freue ich mich sehr über den Hinweis. aber klar ist, ihnen wurde Homosexualität vorgeworfen. Man weiß auch, dass Homosexualität in geistlichen Gemeinschaften damals, wie wahrscheinlich auch heute, durchaus praktiziert wurde. Es gibt gewisse Vorkehrungen dagegen, wie zum Beispiel die Kerze, die im Dormitorium brennen sollte. Aber dass das wahrscheinlich nicht ganz unbegründet war, aber wie halt in vielen anderen Orten auch, darauf, das steht zu vermuten. Uns liegen aus dem Prozess über 1000 Zeugenaussagen von Templern vor. Nur drei von 1000 haben gestanden, homosexuelle Beziehungen geführt zu haben. Das Ordenssiegel hat eine andere Bedeutung. Ja, da sieht man halt, dass sie einfach vom Fach ist. Denn Frail hat sich, wie gesagt, vorhin mich auch mit der Auflösung des Ordens beschäftigt und erklärt hoffentlich die richtige Bedeutung des Siegels. Es handelt sich um ein Symbol. Die zwei Ritter, die sich ein Pferd teilen, stellen einen Templer dar, der zwei Wesen in einem verkörpert, den Mönch und den Krieger. Und was für ein schönes Bild, oder? Beides dargestellt auf einem Pferd und damit die Einheit bildend. Finde ich ein echt gelungenes, gelungenes Symbol, muss ich sagen. Wo auf der Anklage lautet, die Templer hätten eine Art Teufel angebetet, den sogenannten Baphomet. Ein Sinister schauen, der Templer, der nach oben guckt. Dieses Bild vom Mittelalter, das damit geprägt wird, ist einfach auch, ist einfach unterhaltsam und falsch zugleich. Also das ist schon, als ob es dann bis keine, als ob es dann bis keine Farbe gegeben hätte. Also alle immer düster und schlecht drauf gewesen wären. Also Baphomet, da wird es jetzt wahrscheinlich ausführlicher noch, habe ich ein ausführliches Video dazu gemacht. Ganz spannendes Thema. Der Baphomet ist ein Rätsel. Einige Templer, die unter Folter gestanden haben, erwähnten ein Götzenbild, einen Kopf. Jeder beschrieb ihn anders. Gab es diesen Kopf wirklich? Gab es einen Templergötzen? Ich denke eher nicht. Und die Darstellung, ich denke eher nicht. Ja, genau. Also das ist genau, genau was er sagt. Es gibt unterschiedliche Beschreibungen. Das habe ich mal ausführlich in diesem Video eben aufgedröselt. Zweigesicht, Dreigesicht. Also ein Zweigesicht oder ein Dreigesicht. Bisschen so, ja, verschiedene Darstellungen von Katzen und Vierbeinigen und sonst irgendwas geschöpfen. Und also was hier, was uns hier nahegelegt wird, ne, mit der Bilddarstellung, ist halt ein völlig neuzeitliches, esoterisches, kabbalistisches Symbol aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, was nichts damit zu tun hat. Und es hat auch keiner so beschrieben. Die Quellen schützen dieses Bild überhaupt nicht. Sondern es ist eine rein neuzeitliche Interpretation. Und das lässt sich sehr sauber erklären, um was es da genau ging. Denn Baphomet ist eine Bezeichnung für den muslimischen Propheten Mohammed, der damals also in einer antimuslimischen Propaganda immer wieder so betitelt wurde und damit eben niedergemacht wurde rhetorisch. Und einige Templer kannten den Begriff Baphomet anscheinend also für Mohammed. Und in der damaligen antimuslimischen christlichen Propaganda sind eben Muslime als Götzenanbeter dargestellt worden, wie viele andere Gruppen, ungewollte Gruppen auch, Juden zum Beispiel. Sodass einigen Templern offenbar der Begriff Baphomet als Götzenanbieter oder als im Kontext von Götzen bekannt war. Und die den Namen haben fallen lassen. Es gibt, glaube ich, drei Stellen, vor allem von südfranzösischen Templern aus Carcassonne, die Baphomet nennen. Drei oder vier. Und mehr sind das nicht. Und daraus hat sich ein Riesen-Narrativ des bis heute jeder kenntgesponnen. Baphomets Fluch zum Beispiel, eines meiner dezidierten Lieblingsspiele, greift eben auch darauf zurück. Und hier auch in der Doku vermischen sich also neuzeitliche Dinge mit dem, was die Quellen sagen. Vor allem dieses Bild finde ich fast unsäglich, das in diese Doku einzubauen. Also auch wie, also erstens mal, wie schlecht gemacht. Und zweitens auch, ist dieses Bild sowas von out of context. Wahnsinn. Ich denke, dass Menschen die seltsamsten Dinge erzählen, wenn sie gefoltert werden. Genau so einfach ist die Erklärung am Ende wahrscheinlich. Zu der Schlussfolgerung komme ich auch in meinem Video. Kannst dich ja mal foltern lassen, wenn dich einer danach fragt, ob du Götzenverehrung betrieben hast und dir irgendeine Schmerzen zugefügt würden, dann sagst du wahrscheinlich relativ schnell ja. Und gibst du zu Protokoll, was du damit eben verbindest. Und so scheint es bei den Templern auch gewesen zu sein. Also Wassermann scheint ja durchaus, also ist ja durchaus in tune mit dem, was ich auch denken oder sagen würde. Weird things under torture. Aber was ist mit dem Aufnahmeritual? Ist es denkbar, dass die Templer bei der Zeremonie tatsächlich das Kreuz entweiht haben? Es handelte sich um ein grausames und abstoßendes Ritual. Aber genau das war die Absicht, die dahinter stand. Denn auf diese Weise ließ sich erkennen, wie fest der Auserwählte von seinem Glauben überzeugt war. Das Aufnahmeritual war eine Art Mutprobe. Also das ist das, was ich vorhin meinte und es bestätigt sich hier. Die These von Frail ist nach allem, was ich weiß, in der Forschung nicht akzeptiert. Beziehungsweise ich habe sie zum Beispiel bei Barber gelesen, Malcolm Barber, der vielleicht das Standardwerk The Trial of the Templarist geschrieben hat und den Hinweis auch erwähnt, aber nicht weiter kommentiert. Ich glaube, dass das von der Breite der Forschung nicht getragen wird, diese These. Ich würde das persönlich in meinem begrenzten Wissensschatz auch bezweifeln. Ich würde das für eher als sozusagen hanebüchenden Teil der Anschuldigung gegen den Tempelorden sehen und nicht als institutionalisierte Mutprobe im Orden. Besser belegen oder widerlegen kann ich es auch nicht. Insofern muss das natürlich auch mein Statement hier fragwürdig bleiben. Aber nur vielleicht sozusagen zum Forschungskontext, soweit ich ihn überblicke, ist die These zumindest nicht durch die Bank akzeptiert und damit ein bisschen auch finde ich fragwürdig, dass es hier so präsentiert wird, weil ja, sie ist eine Expertin, aber auch Experte und Experten können mal eine steile These vorgelegt haben. Ich mag nicht ausschließen, dass auch in meiner Doktorarbeit die eine oder andere These drin ist, wo man sagt, könnte man wahrscheinlich auch anders sehen. Aber das ist eben Forschung. Da wird debattiert, da wird gestritten, da wird be- und widerlegt. So funktioniert Forschung eben und das ist ja auch gut so. Aber nur hier so viel zum Kontext. Das ist nicht der allgemeine Standard zu diesen Aussagen nach allem, was ich weiß. Fakt ist, bis heute gibt es keinerlei Beweise für die Anklagepunkte gegen die Templer. Man vermutet, dass König Philipp sämtliche Vorwürfe konstruiert hat, um den einflussreichen Orden zu vernichten. Der Einzige, der die Tempelritter vor Tod und Untergang hat die Darstellung. Ziemlich eins, der Papst. Clemens war übrigens bei weitem älter, als der gute Schauspieler hier ist. Bei weitem älter und vor allem kränker, denn Clemens musste immer wieder pausieren und war mehrere Monate nicht einsatzfähig, weil er so alt und gebrechlich war. Also das ist eine eher ungelungene Darstellung von Clemens. ...Bewahren könnte, ist der Papst. Doch der zögerliche Clemens der Fünfte unternimmt nichts gegen Philipps Intrige. Viele Templer gestehen unter Folter die ihnen vorgeworfenen Taten. Also, dass er nichts unternimmt, das stimmt auch nicht. Das ist ein irre komplexer Prozess, der da abgeht. Auch da gibt es irgendwann ein eigenes Video dazu. Aber er greift immer wieder ein, lässt sich aber auch so ein bisschen vor den Karren spannen. Also Clemens macht in der Tat keine sonderlich starke Figur. Er wird insgesamt nicht als sonderlich starker geistlicher Führer eingestuft. Und das zeigt sich da eben auch. Aber die Templer war nicht seine Hauptsorge. Nochmal, es ging um den großen Streit auch zwischen Königtum und Papsttum. Und in diese Gemengelage kommt irgendwie die Sache mit den Templern rein. Und diese Templer-Sache wird nicht das gewesen sein, warum Clemens abends nicht schlafen konnte. Ja, das ist ein handfester Skandal, der da sozusagen abgegangen ist. Und ja, da hätte man sicherlich mehr tun können. Aber auch der ist ein Kind seiner Zeit gewesen und musste mit dem umgehen, was ihm da eben so geboten wurde. Und das war bei Leibe genug. Sie alle werden zum Tode verurteilt. Das ist auch nicht richtig. Nur die Minderheit der Templer stirbt oder wird zum Tode verurteilt. Es sind in der Tat zahlreiche, aber die große Mehrheit der Templer kommt frei, nachdem dieser Prozess beendet worden ist. Und viele sind gefoltert worden, aber bei Leibe sind nicht alle hingerichtet worden. Das wären wahnsinnig viele Leute gewesen. Berühmtestes Beispiel ist natürlich Jacques de Molay, der letzte Großmeister, der dann verbrannt wird. Und auch davor wurden schon zahlreiche hingerichtet, mehrere hundert. Aber bei Weitem nicht alle, die in Gefangenschaft waren. In Frankreich richtet man an einem einzigen Tag 70 Templer auf dem Scheiterhaufen hin. Auch Jacques de Molay, der letzte Großmeister des Templer-Ordens, wird zum Tode verurteilt. Oh, dann müssen sich ein Bild verdanen, denn das ist kein Templer, den wir hier sehen. Zumindest vom Gewand nicht, denn ein Templer müsste ein rotes Kreuz haben. Ich habe diese Darstellung schon zigfach im Internet gesehen und die Darstellung gibt es auch mit rotem Kreuz. Also es ist falsch eingefärbt. Das, was wir hier sehen, wäre eher ein Deutschritter. Ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund ist der deutsche Orden. Bisschen daneben gegriffen. Im März 1314 wird er in Paris öffentlich verbrannt. Seine Mörder bedenkt er mit einem Fluch. Auch den dürften sie natürlich nicht auslassen. Den Fluch. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, Leute. Der Templer-Fluch, was ist dran? Ich habe mir mal die historischen Quellen dazu angeguckt. Auch das verlinke ich euch hier. Als er schon von Flammen umgeben war, rief er die Seelen Philipps und des Papstes binnen eines Jahres vor den Thron Gottes, damit er über ihre Schuld richten könne. Also auch dann, was die Quellen sagen, ist ein Jahr und ein Tag nach allem, was ich weiß, wenn ich mich recht erinnere. Das müsste schon genau sein. Und auch die Quellen sagen unterschiedliches. Manche lassen ihn davor eine Rede schwingen, bevor er auf den Scheiterhaufen geht. Manche, während er auf den Scheiterhaufen schon tritt. Es wird hier also eine Version gerade wieder gegeben. Beide waren innerhalb eines Jahres tot. Das ist natürlich eine geile Geschichte eigentlich. Aber auch da kann man relativ eindeutig zeichnen, zeigen, dass das im Nachhinein konstruiert wurde. Denn die Quellen, die von diesem sogenannten Fluch sprechen, also von dieser Aussage, dass sie innerhalb eines Jahres und eines Tages sterben werden, stammen von nach dem Tod Philipps des Vierten und Clemens des Vierten. Das heißt, die wussten schon, dass wenn sie jetzt dem Großmeister Jacques de Molay diesen Fluch in den Mund legen würden, dass der auf jeden Fall eintreten würde, dieser Fluch, weil beide nämlich schon tot waren. Und dann kann man sich die Frage stellen, ob das noch ein wirklicher Fluch war. Beziehungsweise ob das überhaupt so stattgefunden hat, diese Aussage von Jacques de Molay. Also, ganz tricky, super spannende Geschichte, aber lässt sich ziemlich eindeutig zeigen, dass das also historisch konstruiert ist. Aber natürlich auch eine ganz geile Geschichte, wie so viel ist. Die Weissagung des Großmeisters hatte sich bewahrheitet. Doch der Templerorden ist ausgelöscht. Schon bald nach dem Untergang des Ordens entstehen Mythen und Legenden um die Templer. Hüteten sie ein Geheimnis? Haben sie unter ihrem Hauptquartier in Jerusalem einen Schatz gefunden? Vielleicht sogar den Heiligen Gral? Also zum Templerordnen im Heiligen Gral muss ich natürlich auch noch was machen. Auch viele der Sachen gab es schon während der Geschichte während des Bestehens nach des Templerordens. Und ich bin jetzt gespannt, in welche Richtung die Doku führt, denn wir haben noch zehn Minuten und der Orden ist schon untergegangen. Oh oh. Existierte der Orden weiter? Manche vermuten, dass die Spur der Templer nach Schottland führt. Als Maurer verkleidet, sollen einige dorthin entkommen sein. Aus dieser Gruppe sei eine geheime Bruderschaft entstanden. Die Freimaurer. Ja, also. Es gibt keine historisch belegbare Verbindung zwischen Templern und Freimaurern. Das mögen jetzt viele geil oder dumm finden, mein Statement. Das ist aber so. Das habe ich euch in dem Video mal dargelegt. Die Templer und die Freimaurer. Es ist wahr, dass es flüchtende Templer gab. Es ist auch wahr, dass wahrscheinlich Templer in Schottland Unterschlupf gefunden haben. Auch da gibt es unterschiedlich komplexe, sinnvolle und wenige sinnvolle Theorien dazu. Aber es gibt keine Kontinuität zwischen den historischen Templern und dem, was heute noch die Freimaurerei ist. Das ist nicht nachweisbar. Die Freimaurer beziehen sich darauf. Da habe ich ein bisschen was dazu ausgegraben für euch. auch sehr offen. Ich habe auch mit ein paar Freimaurern dazu gesprochen. Unter anderem live in meinem Twitch-Stream. Wenn ihr da mal Bock habt, schaut euch da gerne rein. Aber das ist historisch nicht belegbar. Das ist eine Konstruktion, die im 18. Jahrhundert von Seiten der Freimaurer, vor allem der deutschen Freimaurer, hergeleitet wurde und die keine historische Basis hat. Jetzt bin ich gespannt, ob dieser Faden weitergesponnen wird hier. Oder wie er weitergesponnen wird vielmehr. Sie gelten als sehr machtvoller Geheimbund, die Freimaurer. Ihre Rituale und Symbole wirken auf Außenstehende meist beängstigend. Immer wieder werden sie mit Verschwörungstheorien und der Beeinflussung der Politik in Verbindung gebracht. Doch welches Ziel verfolgt die verschwiegene Bruderschaft wirklich? Die wenigsten von uns wissen, was in ihren Logen vorgeht und was ihre Ziele sind. Freimaurer. Aha, Schnitt, 10 Minuten 28, wir sind plötzlich in einer Freimaurer-Doku. Und das ist halt fragwürdig. Denn es lässt sich sehr eindeutig nachlesen, dass diese Verbindung eine neuzeitliche ist, die dahergestellt wird und dass die so nach außen getragen wird, in so krassem Widerspruch zu dem, was man weiß, ist echt schon fragwürdig. Also in so einer krassen Missachtung der historischen Gegebenheiten. Okay, ich habe mal das Video vorgeskippt und es kommt nichts mehr zu den Templern. Das ist ein Problem. Deswegen werden wir die Doku offensichtlich nur halb kommentieren, weil ich kein Fachmann für die Geschichte der Freimaurerei bin und wir haben jetzt diese Doku-Wende dann im Blick in die USA, in unterschiedliche Logen, in geheime Aufnahmerituale und so. All das wird unter dem Titel Der Templer verkauft hier. Und das finde ich wirklich problematisch und das trägt eben genau zu diesem Bild, zu diesem falschen Bild der Templer in der Wahrnehmung der Breite der Gesellschaft bei. Ja, es trägt wahrscheinlich auch viel zur Faszination bei, das heißt, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, könnte man meinen, zu sagen, naja, dann kommen ja wenigstens Leute mit der Geschichte des Templer-Ordens in Kontakt. Ja, stimmt. Und wenn dann Leute anfangen, Fragen zu stellen und sich wirklich dafür zu interessieren, dann ist das eine gute Sache. Gleichzeitig bleibt bei den allermeisten aber nur der Basic Fact hängen, Templer und Freimaurer und denken, dass beides irgendwie in Zusammenhang stand und das ist eben nicht der Fall. Ich habe nicht Zeit, meine Beschäftigung mit dem Thema und noch mehr seit ich YouTube-Videos dazu mache, immer dieser Frage gegenüber gesehen, wo hängen die eigentlich zusammen und sie hängen eben historisch nicht zusammen, Templer und Freimaurer. Und das finde ich problematisch. Also, die Doku hat ihr einiges richtig gemacht, hat versucht, Sachen aufzuzeigen versucht ernsthaft in die Geschichte des Ordens einzutauchen. Mit den Welt der Wunde zur Verfügung stehenden Mitteln offensichtlich, das gelingt mal besser, mal schlechter. Wenigstens war mal eine echte Expertin am Start mit Barbara Freil, denn die meisten der Leute, die da zu Wort kommen, sind häufig noch nicht mal Historiker oder haben sich nicht ausführlich mit dem Thema beschäftigt, was natürlich unweigerlich zu Problemen führt, das ist ganz klar. Wir werden es aber an der Stelle hier belassen, denn den weiteren Teil kann und werde ich auch nicht kommentieren, denn dann mache ich ja genau den Fehler, den ich bei anderen auch immer kritisiere. Sie äußern sich zu Dingen, zu denen sie sich nicht einshaft auskennen und ich hoffe, dass ich das hiermit unterbinden kann. Und damit, Leute, sind wir durch. Das war das Video von Welt der Wunder, wer waren die Tempelritter? Haut's raus, wenn ihr Fragen habt, wenn da irgendwelche Unrichtigkeit waren, Unrichtigkeiten dabei waren, wenn ich Dinge auch vergessen haben sollte, denn das kann ganz gut sein bei so einer Reaction. Ich hoffe aber, dass ich euch einen kleinen Einblick in das geben konnte, was die Doku richtig macht und was sie vielleicht auch falsch macht und wo man weiter drüber nachdenken könnte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like oder ein Abo da, das hilft dem Algorithmus und sorgt dafür, dass diese Videos auch ein bisschen höher gerankt werden, denn das würde mich natürlich sehr freuen. Und damit bleibt mir nichts als Danke zu sagen, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Danke. 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 Vielen Dank.